zu Beginn der Arbeitsbereich in der Zeichnung und Anmerkung zu ändern. Auf dem Hauptfeld Subpinel-Eigenschaften in den Arten von Linien den Befehl Andere zu aktivieren. Im Linientyp Manager Dialog fällt auf Download zu aktivieren. Aus der Liste wählen Sie die Art der Linie und OK. In den Eigenschaften des gewünschten Leitungstyp wählen und aktivieren Sie den Befehlsegment eine gestrichelte Linie in AutoCAD zu zeichnen.